1 Mal sehen wie das jetzt wird Mit der merkwürdigen Zusammenstellung Wir machen aber das Rechts anscheinend, rechts ist gut Wir haben halt, die haben halt 2 Fronten Ja Du kannst auch mit 1, 2, 3, 4 die Skills auswählen Theoretisch Soll ich reinchargen oder nicht? Dann gebe ich direkt ein schwarzes Loch Nee Du musst erst schwarzes Loch geben, dann muss ich in die nächste Runde reinschwerchen Ja Das hat eine Runde Versatz Dann gebe ich dir das jetzt Ja, mach Ready oder nicht? Ich hoffe, dass deine Adams so witzig als die letzten Leute Ja Du musst den Leuten eine Option geben auszuweichen Na guck mal Der Sting der Entropie Wir haben auch einen Titus Ich, ich, ich flieh mal hier von hier, ne? Wohin? 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 Gib mal her, ich muss brauche Leben von dir. Aua. Uh, der tat weh. Der hat ihr Fall einen Haufen Energie gegeben. Oh, jetzt steht sie gut offen. Oh, ich radiate immer. It's time. Mit Umständen kriegst du selber was ab, wenn du sonst ein bisschen aufpassen. Das ist mir ja sowas von egal. Das ist mir sowas von egal. Jetzt kann er mich halt bluten und umstellen. Dankeschön. Dann hilft's doch. If it tingles, it's working. If it burns, it's working. Wax, and wave. Boah, riecht sie mich halt noch. Face me, cowards! Du kannst beide Akte... Du hast auch beide radiate? Cool. Schade. Der vierte von denen überhaupt. Äh, Grey. Die war irgendwo links, ja. Ich würd gern da hinlaufen. Du sollst hier hinlaufen. Hier! Na, kann ich nicht, dann verliere ich ne Bond. Kann ich da hinlaufen, dann verliere ich ne Bond. So, äh... Bonds sind das Wichtigste. Ja, die heilen mich halt auch selber wieder hoch. Ja. Siehste, ich hab kaum Leben verloren, obwohl ich mittendrin steh grad. Na gut, das hat zumindest funktioniert. Erst durch meine Wand bist du, oder? Ja. Aber dafür hast du halt... Über 60 damit gefressen. Oh, die ist unten rumgelaufen. Ja, versterben. Äh... Ich finde ich. Nö. Aber du hast dein Schild Chartes hat und du mehrfach hintereinander benutzen kannst, weißt du. Ach komm. Wenn Münzen überlebt, würd ich eh mit ihm die Verbindung machen und da ist ihm auch egal. Gib mir das Schild. Ja ja, und deswegen, wenn du überlebst, würd ich versuchen, dich dann noch nicht so zu zeigen. Ich würd dann jetzt schon mit dir die Heidel-Verbindung machen, aber ich glaub nicht... Schock, du fühlst es... ...jetzt. Ist leider ein bisschen Kaka. Oh, der Slow ist fies. Hm. Geht so. Autsch. Nichts öffnet die Mühle wie eine Plasmagun. Slicze und sterbe. Ja. So. Bin tot. Äh, wieviel heil ich? Zwölf. Ich könnt dir 25 heilen, wenn du den Schild geben kannst, überlebst du. Nein. Hm. Dann sollte ich dich... den... nicht wechseln. Na, ich geb dir nochmal... Ah, hier. Ja. Ja. Marked for dead. Ich glaub, du hast mit dir höchste Konten Kallibus, oder? Ich? Ja. Wahrscheinlich. Nein, ich mach halt die ganze Zeit Damage und heil dabei noch. Sowohl mich selber als auch jemand anderen. Ja, das hätt's nicht überlebt. Gib ich dir recht. Ja. Oh, ich steh super. Ähm. Aber der werde sowas für ulten. Ich mach mal so, ne? Ich mach mal so, ne? Mhm. Ich will das auf jeden Fall alle erweignen. Oh Gott, mein Geek! Oh Gott, zieh ich die alle zusammen gleich? Ja. Ja, wenn die dort stehen bleiben, ja. Ihn nicht, wär's unstoppable. Okay. Aber es zählt trotzdem als Hit. Ah, ne. Ich kann nicht mit der Wände ziehen, ne? Du kannst nicht mit der Wände ziehen. Das geht leider nicht. Ja. Aber ich hab's schuldig. Aber ich hab's schuldig. Wenn du zusammen stehst, dann fallst du zusammen. Ich bin bereit für alles. Wichtig, mein persönlichen Raum. Tja, das hat natürlich ungünstig. Wenn die so weit weg springt, dann ist meine Ulti nicht so hilfreich. Der hat Schild-Ready? Der hat halt wieder Schild-Ready so'n Scheiss. Ich hab' ja auch seit Runde 2 irgendwie ne Verbindung mit dem, also das ist bisschen dumm von ihm. Stärker mit der Zeit? Nö, aber das macht einfach jede Runde Damage und heilt mich. Komm, wenn nicht, gib dir mal ein Schild. Okay, dann radiere ich wieder. Dann mach ich wieder mehr Damage. Aber ich vermute, wir werden jetzt geultet. Von Tito's. Du siehst, du kannst mehr Radiation benutzen. Ich bin so ein guter Freund. Der hat auch immer wieder so'n blöde Schild mit seinem Zeug drin. Und die haben echt viel Weak. Meine Fresse. Okay, der hat nicht Gold und ist abgehauen. Interessant. Oh, geil. Das lohnt uns alle gegenseitig und beschleunigt uns auch alle gegenseitig. Ich hab' noch mal ne Ulti. Ja, das ist super Schild. Ja, du gibst ein 60er Schild und das macht auch noch Schaden im Umkreis. Von demjenigen, der ist halt... Nice. Die Wall war richtig gut. Ja. Von demjenigen, der ist halt deshalb macht ne. Sie hat auch ne Ulti. Ich bewege mich mal ein Stück. Ich bin aber stehen. Ich bin nicht so scharf auf die Ulti. Brauchst mir kein Schild geben. Na egal. Weil ich mich bewege. Wir müssen nicht fallen. Aber doch gut. W-w-wohl. Ich krieg halt den Damage diese Runde nicht. Und er ist halt auch ausgewichen. Loll. Loll. RIP. RIP. Der Echo Hammer machts. RIP, BITCH. RIP THE CRIP. Und springst du... kannst du vielleicht reinspringen wieder? Ja, ich müsste Katalyssen, wenn dann. Du kannst auch durchdashen. Ich geb dir das trotzdem einfach. Ja, mach ich dann nächste Runde, mach ich das dann. Jo, nimm einfach den einen Hit von der Drohne, die ist nicht so hart. Ja. Ich vermute fast, Titus wird mich andaschen, wegen seinem Messer. Nächste Runde kann ich dann reindaschen. Die Heals sind jetzt so geil. Sag ich doch, er dascht mich an. Wegen seinem blöden Messer. Denn du kriegst um die nächste Runde Ulti-Schild. Okay. Wir wollen dich finishen. Und stehen alle hier. Ja, er kann Ulten, ne? Denk dran. Ich werd ihm oft ein paar mal weignen. Ach, was soll ich hindaschen? Keine Ahnung. Da steht ne Grey und da steht ne Dingens. Und da ist Heilung. Dürfen wir da hinten hin. Dankeschön. Ich nehme dir das immer an. Nop, das bringt nichts. Oh, ich glaub ich kriegste damit oder noch. Könnt sein, ja. Ach stimmt, ich bin geroutet. Schade, du kriegst keine Heilung mehr nächste Runde. Hey, guck mal. Hey, guck mal. Hey, guck mal. Ich komm jetzt zu euch, ne? Ich komm jetzt zu euch, ne? Ja. Ist halt schon hart. Ich glaub ich war schon hart useless in dieser Runde, aber es ging trotzdem... Du hast den Finish gemacht, der ganz hilfreich war. Du hast ne gute Contribution, ne? Du hast zwei Finish gemacht. Du hast mehr Contribution als ich, ne? Sprich mehr Damage und Heals zusammen. Contribution? So steht das. Wenn du über die Punkte gehst, über deine, über deine Score Punkte sozusagen, dann steht da total Contribution. Ja. Im Tooltip. Die Summe von Schild, Heilung und Damage. 2. 5. Hm. Ich komm mal nicht ran. Scheiße. Komm nirgends voran. Ich laufe jetzt Aurora hinterher, ne? Ich habe übrigens zwischen 70 GG Boosts. Da gab es nämlich ein paar jetzt. In letzter Zeit. Ah, ich habe auch 19. Ich habe mal 0 gehabt. Wenn sie weglaufen will, die wird durch die Mauer laufen müssen. Das ist gut. Aber du hast kein Scramble mehr auf der Mauer, ne? Ja. Ich glaube, jetzt ein Tief wird sie müssen in die Mauer, wenn sie, ne? Ein bisschen mehr abdeckt. Ja, hätte ich machen müssen. Das ist ein Nest auf der Mauer. Irgendwas? Oh nooo. Äh, Weak. Weakend. Ja, Weak ist, glaube ich, üblicherweise drauf. Ja. Ja. Ich werde nächste Runde sterben. Aber ich kann dich... Ich werde nächste Runde sterben. Aber ich kann dich heilen um 22 zumindest. Diese Runde. Aber ob das reicht? Pfff. Grey könnte dich eventuell treffen. Wenn der Pächer ist. Du könntest wieder ulten, ey. Hol doch die shit. Und da steht ja auch noch. Hori Scheid. Da Fake Chat. Ich hab nicht mehr. Hab halt nix mehr. Aber du bist nicht mehr. Nix mehr, aber du bist noch downfall. Ne? Nix mehr, du bist noch down. 65, müssen wir trotzdem erstmal machen. Ok. Lachen wir mal. 60 schaffen wir ganz gut. Weak. Ich mach mal. Ok. Weißt du, wenn... Kitas hat noch nicht angegriffen, ne? Wie? Ich hab ihn noch getroffen. So, naja, mein Aue. Mein Aue hat ihn getroffen und sein Schild getroffen. Das ist halt ein ganz schöner Clusterfuck-Runde wieder. Aber noch geht's ja. Wir haben ja noch... 3 zu 2 steht's noch. Also... Ja, ich meine, sie rennen irgendwie alle ineinander einfach. Hellwitzig, verreckend. 100%ig. Machst du Direct Damage oder nicht Direct Damage? Ich mach Indirect Damage mit meiner Bond. Bitte. Das heißt, mein... mein Messer wird nie ausgelöst. Piu, fireworks! Ich will jetzt trotzdem einfach mal folgen. Oh Gott. Oh, die wollen nicht. Ja, wie ich glaube, auch. Persuasion für die... Das war's doch für dich. Die Schilderblades. Meinst du? Hast du den Hit noch? Boom. Und dann sie schießt noch. Nee. Mach nix. Grace gedasht. So. Aber ich ult dann mal. Ich hab ne Ulti. Mach 30 Heilung plus 15 Schild. Dann gib dir. Oh. Sparkling! Wenn ich mehr Leute kriegen würde, würde ich sogar mehr Schild kriegen. Aber irgendwie... Dafür haben wir nie zusammen genug. Mal, kannst du mir hier alle zufällig grönt in Insta? Nee, leider nicht. Ich hab meinen Ulti-Main-Gradie. Aber weaknen kannst du doch, oder? Ja, mach ich. Oh, dann ist ja schon viel. Es ist zwei davon. Und die andere hat ja eigentlich angegriffen. Oh, der war fies. Der kann da durchdashen ums Treffen. Das war irgendwie unerwartet. Den sieht tot aus. Ich kann auch ausweichen, nicht drunter. Ich kann auch ausweichen. Von daher geht noch. Nicht Nutnut. Du musst ausweichen, Ben. Ja, ich weiß. Äh, wo läufst denn du hin? Okay, du läufst da hin. Ich folge ja. Weißt du Bescheid noch? Na ja, dann denke ich kann ich da hochgehen. Dann müsste die Heilungverbindung noch bestehen bleiben. Ben, du kriegst auch ein Schild von mir, Marvin. Du kriegst das komische Ding von mir, ne? Du brauchst mir normalerweise keine Schilder geben, wenn ich mich bewege. Also wenn ich dashe. Mach ich trotzdem. Ja, aber die nächste Runde wäre dann viel sinnvoller, weil ich dann nicht dashen kann. Mh. Jetzt kriegt er wahrscheinlich keinen Schaden. Ich glaube, sie könnte tot sein, oder? Wenn nicht. Wenn du 40 damage machst auf sie? Ne, ich mach 35. Ja, ich weiß nicht. Riep, was du sahst! Klicke in Stückchen! Oh, netter Hit. Definitiv, netter Hit. Oh, der war gut, der Dash. Die ist gar nicht gelaufen. Ist auch interessant. Ich kann alle vier hinten, wenn sie stehen bleiben. Ich kann alle vier hinten, wenn sie stehen bleiben. Sollte ich dashen, oder sollte ich hier bleiben? Ich bleib hier, ich kann alle vier hinten, das ist witzig. Sie kann ja nicht vermachen, außer dich weaken. Oh, L macht Ulti. Ja, ja, da fliegt einiges durch die Gegend. Ich hab bloß die roten... ...mankierungen auf dem Boden gesehen. Protect and to do... Äh, L macht keine Ulti! Wir müssen trotzdem alles tot sein! Ob ich halt rein dashen�te, eine Meter. Dann, nach das Aoi von Vincent. Oh, Nö. Nicht mich snaren, ist doch fies! Ja. Hätte L vielleicht DASH... ...ja, mit DASH.... Aber er hätte den Ulti nicht mehr machen können in der letzten Runde. Eventuell bin ich tot. Hätten nicht laufen dürfen. Schade. Wir haben gewonnen. Aber knapp. Ich habe noch einer von uns gestorben. Eine geile Runde. Ja gut, wer halt versucht, einen Quark die ganze Zeit im Nahkampf zu töten. Wie? Er hat nur einen GG Boost. Ja, ich kriege nicht mal den Top Participant. Alter, fickt euch. Ich bin ein Wenger. Boah, ich habe Personal Highlights. Nur Gold. Ich auch. WTF? Gut. Alter, ich habe 5 Gold, einmal Silber und noch 4 mal Bronze. Und ich war nicht der Beste in der Runde. Damage dann per Live, Tanking, Damage Dodged, Crowd Control und Team Damage Swing. WTF? WTF? Ich habe auch 5 Quests gemacht. Ich habe ein Titus-Dingern gemacht. 150 Damage in einem Game mit Deathblow. Ich habe 100 Damage avoided, äh 1000 Damage avoided für die Season. 5 Season Levels und 1st 1 of the Day. WTF? Dieses Game. Guck dir mal meine Heilung an. Und wir hatten 2 Heiler. Nur 660 Heiler. WTF? Okay, davon sind nur 570 Effektive Heilung, aber trotzdem. Und dann halt auch Damage dazu. Und du hast 30 Effektive Shielding. Durch den Ulti, ne? Ja, ja. Immer wenn ich halt jemand anderen heile, kriege ich 15 Schild. Durch meine Ulti. Boah, das kann ja richtig 45 Schild bist du? Das ist richtig stark. Wo sehe ich nochmal die täglichen Quests jetzt?